Nina, was du nicht weißt, wir können ja Gedanken lesen. Wir, Moment, ich empfange mal hier die Gedanken, auch des Kameramanns, ja. Es ist heute deine 60. Sendung, dazu wünschen wir dir natürlich alles Gute. Sie ist 60 und sieht gar nicht danach aus. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Nina. Happy Birthday to you. Ey, danke. 60 Sendungen, ist das Wahnsinn. Hör mal, wer kann das schon sagen, ne? Ich kriege ein Ständchen, aber ihr seid auch noch in Bremen. In Bremen treten wir auch auf, aber ich weiß gerade nicht wann. Ach, verdammt. Ah, mehrfach. Hallo. In der ÖVB-Arena. Weißt du es? Gibt es da eine Webseite? Oh, ihr habt eine Webseite. Nein, wir haben eine Webseite. Ich glaube, wenn man ehrlich gesagt hat, das bei Google eingibt und Bremen. Zig Tour da. Dann geht das auch ohne Website. Geht in die Show, kann man nur empfehlen. Ich möchte das mal äh. Ja, von mir. Ich glaube, es ist ein sehr, 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 sehr. Wie ist das?